Willkommen zurück zu STORM VR Weiß ich gar nicht welche Sprache ich ausgewählt habe Okay, scheinbar Englisch, gut Das ist glaube ich ein Adventure-Game Okay Du gehst zurück, die Trigger Okay, greifen wir mal die Schlaufen hier ums Handgelenk So the walk Ja, das klappt Es ist 14.95 Oh, ich glaube das ist unsere Körpertemperatur Okay, ich werde Teleportieren Hier ist glaube ich eine Art Survival-Adventure Wir müssen irgendwie versuchen Im Schneesturm zu überleben Oh, ne, war mit Zeit gedrückt, weiß ich gerade Äh Ja, was ist wenn die abgelaufen ist? Boah, ich versteh ihn ganz schlecht Wo muss ich denn hier hin? Am besten ich folge mal hier den, äh, Strom-Mast Am besten ich folge mal hier den, äh, Strom-Mast Ist das Open-World oder was? Nur nur 35 Grad Körpertemperatur Oh, hier ist ja Hier ist eine Hütte Oh, kacke Oh, kacke Oh, kacke Oh, kacke Wo ist der Eingang? Hä? Da ist keine Tür Doch da Oh nein, ist abgeschlossen Nächste Mal Fack! Oh! Mach schnell! Geh auf! Ich schlägt man schon Bars Generator einmal Das geht nicht Ich mach mal die Tür wieder zu Glaub ich Vielleicht besser Der geht nicht an Jetzt kannst du vergessen, der geht nicht an Okay Noch 33 Grad Was ist das hier? Ja, ich muss ja erst Benzin reinfüllen, glaub ich Boah, es ist dunkel hier Oh, ich sehe hier nichts Benzin-Kanister oder so Benzin-Kanister oder so Was ist denn das da? Ja, es ist viel zu dunkel hier Der Pull, es bringt nichts, wenn ich der Pulle. Warum soll ich denn der Pullen? Jetzt kann ich es vergessen, das bringt gar nichts. Ich glaube, ich muss noch mal raus müssen. Kann ich nicht rein? Da ist auch nichts weiter drinnen. Jo, gehe ich mal in die andere Richtung. Ich werde sowieso gleich sterben, glaube ich. Ja, ich weiß da auch nicht, wo du hin musst. Ich folge jetzt einfach hier bei den Strommasten in die andere Richtung. Erstmal die erste Runde hier für meinen Kunden benutzen, damit man weiß, wo man hier überhaupt hin muss. Okay, da geht es nicht weiter. Shit. Oh, 29 Grad, er ist gleich tot. Das sind die Sekunden, die du noch lebt. Okay. Okay. You died. Press button to continue. Ja, versuche ich einfach nochmal, ne? Ich hoffe, ob das... Hier. Okay, das Bild ist noch da. Wir gehen in Englisch. Wir gehen in Englisch. Wir gehen in Englisch. Jetzt können wir ja schon... Stein aufheben. Stein werfen. Und... Forget your watch. Survive. Also ich brauche Beziehen für den Generator. Also ich brauche Beziehen für den Generator. Oh, hier ist ein Auto. So. 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 Soll ich die Scheibe einschlagen oder so? Hm. Hm. Aber hier ist leider auch kein Stein in der Nähe. Hier ist leider kein Stein. Jetzt hätte ich mal versucht, die Scheibe einzuschlagen. Das ist ein anderes Haus, ne? Was war das? Was ist das? Was ist das? Hier ist das... Fuse, du willst. Change das Türcode. Der Motorradnummer... ... hat... ... war eine schlechte Idee. Okay. Wir brauchen die. 586 186. 586 186. 586 186. 586 186. 586 186. 586 186. 586 186. Nein. Das hat keinen Strom. Das hat keinen Strom. 506 186. 506 186. 608 186. 597 186. 458. 509. 000. 509. mal gucken, vielleicht hat's ja gereicht hatte man geklappt aber noch nicht oh man was soll ich denn hier machen? Sicherung habe ich fein gemacht hm, keine Ahnung äh äh 1 8 6 3 8 6 ich weiß gar nicht, wer der Code war zu ach, das ist doch kacke hm 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 queer OUR Die Blut in meinen Beinen Okay, jetzt haben wir einen Schraubenzieher Das funktioniert jetzt noch nicht Oh Gott, ey Hier brauchen wir immer noch Benzin für Boah, es ist so extrem dunkel hier drin, aber man sieht gar nichts Okay, okay Okay, okay Just, just keep Okay, okay Okay, okay Jetzt habe ich einen Schraubenzieher, aber was soll ich damit? Oh Gott Naja, jetzt ist das mal, dass da noch ein Haus ist Aber was soll ich mit dem Schraubenzieher? Das ist nicht einfach das Spiel Okay Geh ich mal in die Richtung Okay Okay, da geht ich nicht weiter Ja 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 Ich bin noch ein bisschen ratlos, was ich hier genau machen würde Ich bin noch ein bisschen Das ist von den Schraubenzieher Ich bin noch ein bisschen Wieso? Ja, ich bin noch ein bisschen Ja, der Code erinnert sich auch jedesmal Super Der fliegt jedes Mal weg Was denn, das braucht er doch gar nicht mehr eigentlich Okay, von da komm ich Ich brauch erst Strom Deshalb brauchen wir Benzin Ich brauch erst Strom Deshalb brauchen wir Benzin Was soll ich mit dem Schrauben ziehen? Das gibt wirklich noch keinen Sinn. Oh man sieht hier gar nichts. Er ist schon wieder fast tot. Geh ich mal mit dem Schrauben ziehen zurück zum Auto? Warum habe ich nicht erwartet, bis die Schrauben ist vorbei? Warum? Er ist so fröhlich. Ich kann nicht mehr so gut sein. Ah. Los. Echt das? Was macht ihr denn hier? Boah geil. Schnell. Oh, das wird knapp. Oh, jetzt schnell zurück zum Haus. Boah scheiße, nur noch 3 Sekunden. Schrauben nicht. Oh, der Code. Oh, ich weiß den Code nicht mehr. Okay, also jetzt... Jetzt weiß ich was ich machen soll. Oh, ich weiß den Code nicht mehr. Oh, ich weiß den Code nicht mehr. Wo stehe ich denn überhaupt? Okay, also als erstes... ...und ich den Schrauben ziehe? Tür aufmachen Schraubtier nehmen zurück zum Auto Schraubtier nehmen Schraubtier nehmen Zwei 07 037 2 07 037 2 07 037 Was ist das? Vielleicht ich werde versuchen, den Rest in zuerst zu bekommen. Aber ich weiß, dass ich das nicht mehr so würde. Aber ich weiß nicht, dass ich das nicht mehr... Ich weiß nicht, dass ich das nicht mehr so würde. Was ist das? 2 0 7 0 3 7 Tschüss 2 0 7 0 3 7 2 0 7 0 3 2 0 7 0 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2